Ich seh' nicht, öfter? Kann ich mal Transpulse Bei mir wirkt die Zoll überhaupt nicht und ist auch nur ein Sisu oder hey Mini Transpulse Sisu, hast du gedacht, eigentlich gar nichts mehr Du kriegst auch nichts mehr Grafko Ist der auch rot? Ja, die gibt's auch in rot Jetzt häng ich meinen eigenen Grafkon fest Was sich sehr gut eignet, um Effektiv kämpfen zu können Das ist übrigens mein letztes Leben und ich hab mein Zeug noch nicht mehr aufgesammelt Toll Was ist das Mist wie? Ich schätze Mistige Scheiße Ach ja Hier ist's Da denk' sich so'n kleinen Raum aus So voll für'n Arsch Jetzt hab' ich keinen Sound mehr irgendwie Und bin tot! Oh du mach' gut! Das ist ja nicht, kein Schwein wird das erste Mal abstürzt Komm, lad! Lad, 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 lad Guck mal nicht so schnell hier Darfst du gar nicht Wo ist der nächste? Ach komm! Sonst habt ihr so ewig schaden das Ding! Mir macht das nicht gar nichts ewig schaden Wie? Lebt das etwa immer noch? Ey, das geht's doch! Nett! Pop auf Ich krieg nochmal Ende rein Tschüss Ich muss bauen nur das andere Ding jetzt Ach Ach ja! Leck mich! Ne, die SAS-Kanone ist eh scheißegal, was ich nimm Die haben eh immer die 10er Fässer Variante Willst du jetzt bitte mal sterben? Hallo! Na, vielleicht davon irgendwas angezogen oder was? Da drin ist die scheiße... Jetzt stirbt doch endlich! Nein, du sollest da jetzt im Prinzip rein... Oh, ich hasse euch! Ja, komm, spawn! Da ist ja inzwischen reingeflogen Nein, natürlich nicht Und von der ist auch Ach ja! Fickt euch! Wieso wollt ihr nicht gleich noch um Bospornen? Ja, super! Bis ich wieder drin bin! Mein Zeug-Examon hat, bin ich tot! Ja, ihr mich auch! Super! Kann ich irgendeine gute Waffe? Nein! Ich hab wieder keinen Sound mehr, was soll's? Ich hab mit Kraftkopf verschossen, was soll's? Ist denn der Feind? Da ist er der Feind! Da schießen wir zwei Raketen ab! Na, jetzt... Da drin ist doch scheiße zu manipulieren! Diese scheiß schrägen Wände und was weiß ich! Ach, jetzt stirbt doch einfach! Warum ich auch immer ich jetzt keinen Sound habe, ist mir auch scheiße! Ach ja, richtig! Das ist ja der falsche Spielstand! Ach... Super! Scheiß Waffe, Scheiß Waffe, Scheiß Waffe!!! Scheiß Waffe, Scheiß Waffe, Scheiß Waffe! Warf ja alle Scheiße! Ah, genau, ja, genau, genau, ja, ja, passt schon, was auch immer, was auch immer du das sagst. Ach ja, fick dich, komm lad. So, scheißegal, welche Waffe sind, wir sind alle scheiße. Juri Ward, ja, der Tod, fick dich. Ist doch irgendeine Waffe, die nicht scheiße ist, die vielleicht mal nehmen könnte. Nein. Ja, komm. Ich muss mein Zeug wieder mitnehmen. Nein, was, wo? Ah! Die will ich. Was ist das Ding? Der ist überhaupt nicht richtig weiterschießen. Das ist schon chill, das taugt eh nichts. Ist noch irgendwas gespawnt, oder? Was ist jetzt gespawnt? Was denn der ist? Keine Ahnung. Ach, das ist der Rotz, wo immer du bist. So, ich hab schon wieder so komische Soundprobleme. Ist mir auch egal jetzt. Ich weiß nicht, woran es liegt, und ich will es auch nicht wissen. Hatte ich noch nie vorher. Keine Ahnung. Mir egal. Ich treffe den super, ne? Man merkt's direkt, wie gut ich den treff. Ich hab das Gefühl, ich weiß, was danach noch kommt. Das macht die Sache nicht besser. Oh, fegt dich! Mann! Das scheiß Drecksviecher, da trifft's aber auch nix. Doch mal da! Sag mal, fliegt der Feuerstall einfach durch den Durch teilweise! Sag mal! Ich war schon zehnmal verreckt, wenn ich das abbekommen würde, was der da eben ab alles abbekommen hat. Dieses scheiß Ort hier! Jetzt, ich bin schon gedacht, dass das ein guter Ort wäre, um das Spiel zu beenden. Hey, Scheiße! Das sind wie enge Gänge oder so ein Dreck. Ach, komm! Fahr zur Hölle! Ob immer du bist! Ach ja! Ja! Komm! Mann! Ja, natürlich! Ey, man kann da drin nicht richtig steuern! Was ist das für eine Scheiße! Was ist das für ein Klang der Rauch? Ja, genau! Warum denn nicht? Ich weiß zwar nicht mal, wo der Gegner ist, weil ich ihn nicht mal sehe, aber egal! Ich treffe den ja da mal, oder? Auch immer er ist! Ach ja, komm, dann verrenke ich eben nochmal, komm, ja! So, jetzt verrege ich euch halt noch, bevor ich meine Ausrüstung wieder finde. Ja, schon gut wie tot wieder. Ah, ich nehme halt nicht den größten Scheiß! Ja, mein Schutzschutz hat sich Luft aufgelöst. Toll, stirbst du jetzt mal bitte? Sterben! Sterben! Ach ja, fick ich! So eine Scheiße, dumme Drecksspiel, komm! Ja, hallo, da ist ein Feuerstrahl! Mann! Ignorier den halt! Ja, hast schon recht! So, wie komme ich jetzt hier raus? Ja, endlich! Einiges Tal! Ja, ja, 13 Goldbars! Ja, ja, eins und zwei! Hey, ist Crash! Warum denn nicht? Let me explain! Staken Earth has been loaded of all availableists. The game is over for the mercenary docks. Rumors says this underwater research base still contains gold have convinced her due to launch on last rate before getting off the dead planet. But the careful is getting hotter by the minute. Ja, ja, bla, bla! Was ist das denn jetzt? 150! Ihr wollt mir doch verarschen! Ah, schnodder! Bestellte zu ist, wie geht es über lave so zu sie wie zu be able to be stand. Ja, was auch immer. Lass mich halt nicht fertig lesen! Wozu auch? Ich weiß es zwar nicht mal, was irgendwie das Spiel von mir will, aber hey. Was muss ich hier jetzt machen? Äh, da muss ich hier. Toll, nochmal 150 Gegner, ey. Fick dich, Spiel! Ja, tschiff! Ja, tschiff! Das sieht halt wie ein Level beim Arsch! Das sieht für mich wie ein ganz normales Level aus! Ja, tschiff! 1,50! Hey, toll! Oh, ja, ja, hab schon recht, hab schon recht. Schick mir doch ganz viel nach. Ja, ja, genau! Wir sind noch mehr! Was ist so diese Scheiß-Radar-Anzeige Da überhaupt Damit die irgendwas sagen Wahrscheinlich nicht Ich hab ein paar Ringe, toll Ja, komm schon, stirb Was sagt mir diese Anzeige da Außer dass sie einen Haufen Platz wegnimmt Was zu F*** dich Was sagen mir diese Ringe Nein, sie füllen sich Was sagt mir das Was soll mir das sagen Schon wahrscheinlich Ist vor mir Ich hätte auch gern mal ein Level 2 und Level 3 Laser, na endlich Laser So ein Geschmack Na natürlich Power, was auch immer Ich hab hier auf den Fallen Mayhem gestartet Ich glaub schon, was weiß ich Ja, definitiv Wenn ich mir auch scheißegal gerade Was sagt mir diese Anzeige da Sie ist voll Ja, und Diese Pool of Water Cool your bike Achso, es wird heiß Oder was Achso Achso Achso, da schießt irgendwas Hackt wird es doch gleich Habt ihr mir das ja nicht gleich gesagt Hast du mir gestartet Hart Was ist denn jetzt los Irgendwie hackt alles Was soll der Dreck Ich weiß nicht Ja, ja Schon klar Lade das Spiel Oder Was ist denn jetzt Das Ja Ist ja Ja Toll So eine Scheiß Ah Fick dich doch Ich muss diesen kleinen Turm Und diese Scheiß In der F-Anlage In die Luft jagen Gleichzeitig Naja Sonst nichts zu tun Gleichzeitig Hackelt hier alles noch Aus mir Ungekannten Gründen Ja, ja Tötet mich Ja, ja Stürzt ab Ja, ja Bla, bla, bla Bla, bla, bla Bla, bla Bla, bla, bla Bla, bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla Bla, bla Bla, bla Ach ja Sonst schießt du immer noch Oben und Kommt schon Lade Nicht ewig Zeit Ach ja Ja, ja Ja, ja Passt Schau Schau Klar Ja Schau Ach ja Mann Oh ja Noch mehr Warum nicht Noch mehr Komm Wer ist mit 10, so euer Scheiß? Was weiß ich, wie die Viecher heißen. Ja. Scheiß Kabel da. Reiß dich gleich weg. So, jetzt kommen hinter mir noch 20. Weiter haben wir nicht. Ich hab doch einfach... Ich hab zwar nicht mal Level 3 Power, aber hey, was soll's. Brauch ich alles nicht. Ich hab auch keine Raketen. Es gibt eben nur beschissene Raketen. Waffen sind auerle Scheiße. Ja. Dann schützt der Dreck wieder ab. Hey, freuen wir uns. Freut euch. Mann. Oh, komm schon, stirb. Ach, noch mehr, ja. Komm. Mehr nicht. Jetzt mit noch 20 Einheiten. Gleichzeitig. 20 solche Transpulse-Einheiten. Und ich krieg meine Waffen noch vorher weg. Oh, ich hab keine Munition mehr. Ja, ne. Ich hör wieder welche auf. Die seh gleich wieder alle. Toll. So, noch welche. Komm, war das schon alles. Komm, 50, 60 gehen doch noch auf einmal. So, und als nächstes beantworte ich mir eine Frage, warum hier irgendwie heiß sein soll. Wenn hier Wasser ist. So heiß kann es denn da drin gar nicht sein, dass mein Beigesicht aufheizt. Ich meine, ernsthaft. Oh, wenn es noch Wasser gibt, kann es nicht heiß sein. Ja, hier muss ich hoch. Hä? Hä? Was? Bin ich doch nicht hergekommen, oder? Bin doch, hä? Bin da hergekommen? Toll. Fick dich. Fick dich einfach nur. Fick dich spielen. Und wo muss ich jetzt hin? Also hier hin? Scheinbar nicht. Wo muss ich hin? Hier wieder da. Ich bin verwirrt. Wenn das Spiel mal ein logisches Schema folgen würde. Ja, wohin denn jetzt? Wohin? Das geht nicht auf. Und dann komme ich, hier komme ich dann nur wieder. Das geht ja auch nicht auf, haben wir festgestellt. Wenn man nicht hier wieder da war im Wasser, aber. Ach, da hinten vielleicht. Oder was? Nein! Oh, fickt euch! Ich hasse euch. Ich habe keine mehr. Fantastisch. Was ist denn jetzt hin? Hä? Natürlich nicht mit dem Rücken zu mir. Ich gehe da jetzt warten. Ich warte da jetzt. Ich habe Zeit. Ich habe keine mehr. Ich habe keinen Crash in den Arsch. nein 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 also wer kommt noch so ein scheiß drecksteil und steht mit dem ex von daher was soll ich dann wir so nützen die panzer gegen infanterie 10c gleich null wir sind schlüssel und ich verrecke wahrscheinlich wenn ich hier unterfliege okay auch nee tut denn das note tut denn das note das tut doch nicht note behind you ich will gar nicht wissen wo dieser teleporter mich hindring auch wir haben einen besseren nicht so guten art wie ich hinkomme wenn ich fliege oder so ähnlich und ich Untertitelung des ZDF, 2020